Igor Lasik, Blogger. Alter 29 Jahre. Wann? 25.06.2020. Politischer Gefangene. Verbrachte 42 Tage im Hungerstreik. Hey, ich habe endlich deinen Brief bekommen. Was die Gesundheit angeht, ist alles im Lot. Gemütsmäßig wird es aber nach den letzten Nachrichten immer schlimmer. Hausdurchsuchungen. Verhaftungen. Dass die Belsat-Journalistinnen gerade erst zwei Jahre aufgebrummt bekommen haben. Ich bin einfach geschockt. Ich mache mir also keine Illusionen. Ich denke, ich werde etwa fünf Jahre hier drin stecken. Und ich werde hier drin auch krepieren. Ich habe keine Lust, irgendetwas zu tun. Es ist schon so viel getan worden. Und alles ist umsonst. Nichts bewirkt etwas. Um ehrlich zu sein, ist es unwahrscheinlich, dass sich irgendetwas ändern wird. Sie haben ihr wichtigstes Ziel erreicht. Zeit zu schinden. Das war in den letzten 27 Jahren schon gängige Praxis. Und wieder war niemand darauf vorbereitet. Deshalb wird alles wie gewohnt ablaufen. Alle werden ins Gefängnis gesteckt. Andere flüchten oder verstummen. Russland wird mit Geld helfen und so weiter. Mehrere Jahre lang. Deshalb versuche ich einfach, mich irgendwie damit abzufinden. Denn ich bin es leid, zu warten und auf das Gute zu hoffen. Aber seit acht Monaten wird jede Woche alles schlimmer und schlimmer. Und wenn es scheint, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, wird es noch schlimmer. Und man kann nichts dagegen tun. Es ist zwar etwas traurig, aber so wird es sein. Ich sehe keine Gründe, warum es anders sein sollte. Und ich will nicht, dass Dascha das Urteil vor Gericht sieht und hört. Es wäre besser, schnell erschossen zu werden und nicht, das alles noch sehen zu müssen.